Interessantes, kann man sich anschauen, ohne das, ich sag das noch einmal, kopieren zu wollen. Das ist unfassbar, was Sie gerade gesagt haben. Sie wollen das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen und wir sollen Minderheitenrechte haben. Das ist ja, ich frage mich, wovon... Die 8 Millionen Österreicher sind eine Minderheit in der Europäischen Union. Na bravo, wovon wollen Sie Präsidenten werden? Vom Bundesland Österreich? Nein. Sie wollen, Herr. Oh, vielen Dank. Everybody out at once.